Der Arbeitstag meiner Freundin Meine Freundin ist kein Frühaufsteher, er ein Langschläfer. Aber ihr Arbeitstag beginnt früh. Sie steht um 6 Uhr auf. Viktoria springt nicht gleich aus dem Bett, sondern schlummert noch mindestens 10 Minuten. Sie versucht jeden Tag Frühsport zu machen. Meine Freundin hält mit der Zeit Schritt und jetzt härtet sich ab. Sie duscht sich jeden Morgen kalt. Um halb sieben stehen ihr Mann Stefan und um sieben die Kinder auf. Viktoria muss noch das Frühstück für ihre Familie zubereiten. Sie freut sich, wenn alle zusammen frühstücken. Leider bleibt die ganze Familie nicht lange am Tisch, alle haben es eilig. Um Viertel vor 8 zieht sich meine Freundin schnell an und geht aufs Büro. Zu Hause ist Viktoria um 17 Uhr. Sie ruht sich ein bisschen aus, gewöhnlich hört sie klassische Musik oder sieht fern. Sie liest auch gerne Bücher oder Zeitungen, blättert in einer Frauenzeitschrift. Erst dann bereitet Viktoria das Abendessen zu. Meine Freundin führt den Haushalt. Zum Glück helfen ihr die Kinder beim Waschen, Einkaufen. Zusammen bringen sie die Wohnung in Ordnung. Um 18 Uhr kommen Karin und Peter von der Uni. Ihr Mann arbeitet als Ingenieur in einem Betrieb und hat immer viel zu tun. Deshalb kommt er ziemlich oft zu spät zum Abendessen. Beim Abendessen erzählen alle einander, was sie an diesem Tag gemacht haben. Vor dem Schlafengehen macht Viktoria mit ihrem Mann einen Spaziergang, so ungefähr bis 30 Minuten. Um elf Uhr ist sie schon im Bett. Slava und Sprühen Frühaufstehen Человек, привыкший rano вставать Arbeitstag Рабочий день Aus dem Bett springen Выпрыгивать из постели Schlummern Mit der Zeit schritt halten Mit der Zeit schritt halten Идти w nogu so vremenem Sich abhärten Zakalяться Das Frühstück zubereiten Gatowit' zavtrak Es eilig haben Speschit, торopitsa Sich ausruhen Spaziergang Fernsehen Spaziergang 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 Правильно ли следующее утвержdение Meine Freundin ist ein frühaufsteher Meine Freundin ist ein frühaufsteher Meine Freundin ist ein frühaufsteher Nein Victoria bereitet das Frühstück für die Familie zu Victoria готовит завтрак для семьи Ja Gewöhnlich hört Victoria moderne Musik Victoria обычно слушает современную музыку Nein Karin und Peter kommen um 18 Uhr von der Uni Karin und Peter приходят домой из Universität ab 6 часов вечера Ja Ihr Mann arbeitet als Mechaniker in einem Betrieb Nein Vor dem Schlafengehen macht Victoria mit den Kindern einen Spaziergang Victoria guliait' z däthmi perid'snom Nein Sie ist schon um 11 Uhr MB Ja Она ложится спать к 11 часам Ja Glagолы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Неотделяемые приставки всегда безударны B G R Fair Ser Ent Imp Miss Er beschreibt dieses Bild Sie erzählt einen Text Отделяемые приставки, всегда ударные, отделяются от основы глагола и ставятся в конец предложения в настоящем времени Präsenz Простом прошедшем времени Präteritum И повелительном наклонении Imperativ Ab, an, auf, aus, bei, ein, mit, nach, vor, zu, los, her, hin, weg Ich stehe immer sehr früh auf Er schläft schnell ein Macht das Fenster zu Nекоторые приставки могут быть как отделяемыми, так и неотделяемыми От этого зависят их значения Durch, um, über, unter, wieder, wieder Er holt dieses Buch wieder Er wiederholt die Regel Er повторяет правила Prochitайте диалог Guten Tag, Karin Wie geht es dir? Studierst du an der Universität? Gefällt dir das Studium? Привет, Karin Как поживаешь? Ты учишься в университете? Нравится ли тебе учеба? Guten Tag, Frau Seit einem Monat bin ich Studentin Das Studium gefällt mir sehr Привет, Vera Я уже месяц как студентка Мне очень нравится моя программа обучения Studierst du Fremdsprachen? Вы изучаете иностранные языки? Ja, aber nicht alles verstehe ich Die Lektoren erklären alle Regeln Ich wiederhole sie zu Hause Alle unbekannten Wörter schlage ich im Wörterbuch nach Ja, aber ich nicht alle verstehe ich Преподаватели Преподаватели объясняют все правила А я повторяю их дома Все незнакомые слова Verliere den Mut nicht Aller Anfang ist schwer Planst du deinen Arbeitstag vor? Не падайте духом Любое начало дается нелегко Планируете ли вы свой рабочий день заранее? Natürlich Ich schreibe alles in meinen Termin-Kalender auf Конечно Планирую Я записываю все в свой ежедневник Besuchst du auf die Universitätsbibliothek? Часто ли вы посещаете университетскую библиотеку? Jeden Tag Dort bereite ich mich auf die Seminar vor Каждый день Там я готовлюсь к семинарам Wie verbringst du deine Freizeit? Как вы проводите свободное время? Ich sehe fern Unterhalte mich mit meinen Freunden oder schlafe mich einfach aus Смотрю телевизор Общаюсь с друзьями Или просто хорошо высыпаюсь Составьте возможные варианты слов из букв Bein Naga Sein Быть Его Wein Vino Mein Mein Мой Dein Твой Eis Lied Leid Печаль Печаль Neid Зависть Ein Неопределенный артикль Kein Нет Вайб Женщина, баба Tвой Твой Твой Tвой Твой Tвой Tвой Vielen Dank.